Eigene Würfelsets aus Epoxidharz zu gießen ist ein sehr, sehr zeitintensives Unterfangen. Dieses Video markiert den ersten Teil dieser Videoreihe. Es geht erstmal nur um das Erstellen eigener Masterwürfel mit einem Resin, also Kunstharzdrucker. Den Ablauf dafür habe ich in mehrere Kapitel unterteilt und sieht sehr kurz zusammengefasst so aus, dass man sich erstens seine eigenen Würfel designt, zweitens diese 3D ausdruckt und drittens die gedruckten Würfel schleift und für die Silikonabformung vorbereitet. Als erstes sollte man sich überlegen, was man mit den Würfelsets anfangen will. Einfach ein paar Sets für Freunde, den DSA, D&D, Magic oder anderen Stammtisch herzustellen, ist der kurze Weg. Denn hier kann man einfach vorhandene Würfelsets nehmen, davon eine Silikonform anfertigen und diese dann mit zum Beispiel Epoxidharz gießen. Wobei, eigentlich geht es sogar noch einfacher, indem man sich an dem Angebot an Silikonwürfelsetformen aus dem Internet bedient. So spart man sogar den Schritt, sich die Form selbst machen zu müssen und einige hundert Euro an Werkzeugen, die man genau dafür benötigt. Solange ihr eure selbst hergestellten Sets nicht kommerziell verkauft, sollte der kurze Weg über fertige Würfelsetformen also kein Thema sein. Möchtet ihr aber eure Würfelkreation verkaufen, dann geht es sofort um das Thema Copyright. Denn die Font, also die Schriftart und gegebenenfalls das Logo eines Würfels sind in den allermeisten Fällen per Copyright vom Ersteller geschützt. Und diese hat dann auch das Recht, euch zu verklagen, solltet ihr sein Copyright-geschütztes Recht verletzen, indem ihr seine Würfel kopiert und verkauft. Die Standardwürfelformen an sich sind für jeden frei nutzbar, aber eben nicht, was dort ein- oder aufgedruckt ist. Deshalb begann meine Reise bei der Schriftart. Man kann sich entweder über verschiedene Programme und ein paar Tutorials selbst eine eigene Schriftart entwerfen, eine Open-Source und kostenlos für kommerzielle Zwecke verfügbare Schriftart von Websites wie beispielsweise dafont.com verwenden oder sich eine eigene erstellen lassen, zum Beispiel via Fiverr. Selbiges gilt für ein eigenes Logo. Das Resultat sollte eine SVG-Schriftart und ein SVG-Logo sein. Das Logo nutzt man in der Regel auf den Würfeln als Alternative für die höchste Zahl. Also anstatt einer 6 sieht man auf einem W6er-Würfel das Logo. Hat man beide Dateien griffbereit, kann man anfangen, seine eigenen Würfel damit zu erstellen. Hier gibt es auch wieder einiges an Software zur Auswahl, um die STL-Druckdateien zu erstellen. Ich habe allerdings erstmal versucht, das Ganze via Tinkercut selbst händisch zu bauen. Das geht zwar irgendwie, aber benötigt aufgrund der Limitation von Tinkercut eben sehr viel Zeit. Es ist nun mal mehr oder weniger das Microsoft Paint der Cut-Programme. Für mich funktioniert es aber in den allermeisten Fällen. Mein zweiter Anlauf führte mich zu dem webbasierten Programm dicegen.com, dessen Code-Basis übrigens auch auf GitHub direkt zu finden ist. Das Projekt habe ich dann lokal bei mir auf dem Laptop installiert. Ihr könnt aber auch einfach die Web-Version nutzen, da es wirklich genau das gleiche ist. Das Programm ist nicht hundertprozentig perfekt und es gibt hier und da mal Bugs, vor allem mit der Orientierung des Logos, das ab und zu zufällig gespiegelt importiert wird, manchmal aber auch nicht. Doch man kann sich damit sehr schnell sein eigenes Master-Set an Druckdateien erstellen und sogar ein paar Details wie zum Beispiel die Schriftgröße oder die Logo-Platzierung individuell anpassen. Hier habe ich dann meine eigene Schriftart und mein eigenes Logo eingefügt. Übrigens, das Logo ist natürlich ein TH, eben für Technik-Hobby ist, aber im Zuge der Gestaltung der Schriftart für die Würfel habe ich dafür ein eigenes, vom Stil her passenderes Logo erstellt. Dieses Logo konntet ihr in meinem Shorts-Video über das Erstellen der passenden Sticker zum Würfelset ja bereits sehen. Übrigens, falls ihr dieses Video bisher mögt, wäre ein Daumen nach oben ein toller Support für meinen YouTube-Kanal. Und ein Abo würde mich natürlich auch extrem freuen. Mit den fertigen STL-Druckdateien könnte man jetzt theoretisch anfangen, die Würfel 3D zu drucken. Man muss allerdings darauf achten, eine bestimmte Art von Supports anzubringen. Denn die, die von der Slicing-Software, in meinem Fall Cheeto-Box, automatisch generiert werden, funktionieren nicht wirklich gut. Wie das Ergebnis mit den Standard-Supports aussieht, zeige ich euch gleich. Man muss alle Würfel auf eine Kante drehen und dann in mühevoller Kleinstarbeit eine Reihe an sehr dünnen Supports aneinander packen. Was das für einen Unterschied macht, seht ihr hier am Beispiel des W6-Würfels. Auf den ersten Blick scheint der Würfel relativ gut gelungen. Allerdings sind manche Kanten total verzogen und ein paar Seiten sind dementsprechend gewölbt. Genau dieses Problem umgeht ihr mit diesen speziellen Supports. Ich muss aber echt sagen, dass der Prozess, diese Supports anzufügen, wirklich nervig und langweilig ist. Aber hilft ja nichts. Nach dem erfolgreichen 3D-Druck und dem dazugehörigen Prozess, wie das Abspülen von übrig gebliebenem Kunstharz mit Isopropanol und dem ersten Aushärten mit UV-Beleuchtung, kann man dann theoretisch anfangen, die Würfel zu schleifen. Es empfiehlt sich aber, die Würfel erstmal ein bis zwei Tage in der Sonne richtig aushärten zu lassen. Eigentlich habe ich für das Schleifen eine kleine Töpferscheibe, auf die ich eine runde Plexiglasplatte geklebt habe, damit ich eine schöne, ebene Fläche zum Schleifen habe. Warum auch immer habe ich mich für mein erstes Master-Set dazu entschieden, alle Würfel jedoch per Hand zu schleifen. Naja, falls die Kanten von den Supports etwas zu rau sind, empfehle ich per Hand und einem normalen Tausender Schleifpapier, diese gröberen Unebenheiten vorher abzuschleifen. Danach nehme ich zumindest Sonapaper von 3M und schleife jede Seite von jedem Würfel mit jedem der sechs Schleifpapiere, beziehungsweise Schleifvließe. Alles immer in Verbindung mit Wasser, denn das reduziert den umherfliegenden Schleifstaub auf ein Minimum und strapaziert das Schleifvlies etwas weniger. Wenn ihr vorher mit dem normalen Tausender Schleifpapier geschliffen habt, könnt ihr das gröbste Schleifvlies von Sonapaper, also das grüne, auch übergehen. Als Resultat kriegt man dann ein Finish hin, das an Glas erinnert. Und genau so eine glatte Oberfläche benötigen wir für die Würfel. Die fertig geschliffenen Würfel würde ich persönlich jetzt nur noch mit Latex- bzw. Mitrilhandschuhen anfassen, um keine Fingerabdrücke, Fussel oder andere Rückstände auf den Würfeln zu hinterlassen. Den Schleifstaub sollte man dann mit Wasser und einer Zahnbürste vorsichtig abputzen. Als Zahnbürste empfiehlt sich eine ganz, ganz weiche. Und die Würfel dann mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Und damit habt ihr dann ein fertiges Masterwürfel-Set, das ihr zum Abformen nutzen könnt. Man würde jetzt denken, die sehen doch total super aus, die kann man doch auch so direkt verwenden. Aber nee, nee, leider nicht ganz. Kunstharz-Drucke sind zwar ganz stabil, wenn sie einmal ausgehärtet sind, aber leider dann doch nicht so stabil, dass sie mehrere Würfel-Sessions überleben würden. Hier kratze ich mal mehrere Wochen ausgehärtete Drucke übereinander. Macht so leider wenig Sinn. Im nächsten Video dieser Reihe geht es dann darum, wie man aus den Masterwürfeln seine eigenen Silikonformen machen kann, um daraus dann fertige Würfel zu gießen. Zum Beispiel mit Epoxidharz. Ich selbst konsumiere extrem viel YouTube-Content und vergesse selbst allzu oft, Videos, die ich gut fand oder die mich einfach nur entertaint haben, mit einem Daumen nach oben zu unterstützen. Es kostet mich nur einen Klick, aber es hilft den Content-Creatern extrem weiter. Wenn ich euch mit diesem Video und auch meinen anderen Videos entertainen konnte und ihr meinen Content mögt, wäre ein Daumen nach oben definitiv sehr viel wert. Ein Abo meines Kanals natürlich auch. Und extra Punkte gibt es für einen netten Kommentar. Die genutzten Produkte und Links zu den Programmen habe ich euch in einer einfachen GitHub-Seite zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Falls ihr Fragen zu dem Erstellen von Masterwürfeln habt, dann fragt mich natürlich gerne in den Kommentaren und ich versuche, so gut wie es geht, zu helfen. Ich kann auf alle Fälle zusammenfassen, dass es sehr, sehr viel Arbeit war, alleine nur die Masterwürfel herzustellen. Und auch das, was danach kam und ich euch in den nächsten Videos zeigen werde, ging natürlich nicht ohne erste Schwierigkeiten vonstatten. Ich denke aber, dass sowas eben normal ist, wenn man eine neue Tätigkeit bzw. ein neues Hobby anfängt. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video schon mal die ersten Schritte zeigen konnte, um eure eigenen Würfelsets selbst herzustellen. An dieser Stelle dann lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein!